ja ich begrüße euch wieder zu einem neuen drei und drei wieder mit david und chris und ja mal gucken ob wir jetzt wieder auf die fresse kriegen oder ja mal schauen ne ja weiß es nicht ja wir werden sehen wir werden sehen aber ich fand ich fand der six hat funktioniert ja mail fight an jazoo haben sehr gewann sorry hoffentlich kann das ist gut dann bin ich noch naja vielleicht wenn die ist darius bahn stimmt stimmt dann bahn und garen ja genau ja sehr schön wollten die vermutlich spielen wieder sehr sehr top stellen toplanen lassen jazoo, swain, ilawi ja das war wieder oh ja mein freund mein freund ivan diana wäre vielleicht auch mal eine idee ne diana wenn die halt total weich sind wäre diana glaube ich gar keine schlechte idee aber ich glaube ich nehme diese runde wieder in brand oh weiger nocturne und weiger guck an nocturne wird lange sein mhm ja ich könnte da echt eine diana nehmen gegen weiche ziele graves nehm ich nehme ich lissandra möge ich ja gegen den weiger halt ne ja oder ein brand ja das weiß ich jetzt nicht ach komm ich will ganz schnell gucken aber ja schau mal ob ich es noch schaffe ansonsten lasst du ein brand mal drüber äh moment 6 wäre gut nocturne brand wäre gut annie wäre gut vladimir wäre gut nehm ich ein brand brand war ja lang nicht mehr ne gucken was ich auf top lane kriege ja dann können wir auch tauschen ja rein theoretisch weil gut weiger kann ich ranziehen und dann halt oh necken ok ok das ist sehr krebsig da müsste mich der für mich pielen wobei ich kann ein bisschen ja für mich selber pielen mit meinem stun aber ja ja ich brauche auf jeden fall gegen weigern sonja ist für die old ich glaube gegen das team wäre statil exhaust sinnvoll ja stimmt krokodok wenn einer von den beiden an dich dran ist bist du froh dass du exhaust hast mensch jetzt habe ich versehentlich schon die szene gewechselt mensch es sind noch 20 sekunden könnt ihr noch mit zuschauen wie die zeit abläuft hallo hier kann man den tollen champions select noch beobachten ja mit dem schönen gefrierbrand bei mir ist es dann weichkönig darius weichkäse darius weichkäse darius weichkäse darius schlitzer darius ja ich bin mal gespannt wie weiger funktioniert weil wollte ich ja auch letzte runde mal spielen nehm aber ich glaube gegen das team wäre weiger echt übel gewesen alter der ist doch noch unmobiler osborg p.a osborg ok ah ja osborg osborn kenn ich osborg ne osborn das zeug zum saufen ja neckten dann die ja endboss war ja der skin ist auf jeden fall geil ja der ist cool das stimmt alter was ist denn heute hier los ey brennt wolfsburg ab oder was alle zwei sekunden sirenen alter volkswagen brennt oder so die waren letzte season auch selber mit dem 3er team ok ja gut waren wir auch nur ne ja 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 gleich kommt der sek koman hier reingestürmt wow und ich hab die cam nicht an und nocturne heißt this is not my name ja 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 und endboss heißt äh der valga heißt wards over life wards over life ja und dann haben wir noch so nen borstenhorst im team hier ja in ehpu in ehpu rappe und e... en... ald qualities alphas alter mein ausschlag i glaubw mein ich glaub das mein sound ist echt zu laut ich muß das gleich in meine videos gucken und muss ich die zeise nach hauen glaube ich mein ausschlag ist immer so übelst auf anschlag bumm یہ was ja was warten wir jetzt Leak of Loading Street, auf Nocturne warten wir. Ja, auf Darkness. Ja, stimmt, wenn Nocturne mich anspringt, exhauste ich den einfach und kann den wegböllern. Gegen den, ja. Darkness. Null Counterplay gegen den. Ja, doch, exhaust. Ja, außer exhaust vielleicht. Ja, die Sache ist halt, den Weiger brauche ich einen Sonjas. Da kann ich die Ult, wenn ich schnell genug bin, die Ult wegdrücken. Ja. Aber sonst, gut, Renekton, da kann ich nichts gegen machen, aber diesmal sind wir wieder ein bisschen tankiger unterwegs. Ja, Gott sei Dank. Ich glaube, letzte Runde hätten wir da wirklich einen Tank gehabt, hätte uns das, glaube ich, ein bisschen den Arsch gerettet, weil wir sind halt alle instant geschmolzen. Ja, ja. Krokodok. Ja, da gab es doch früher mal, so ein Spiel, kann ich mich noch daran erinnern, ne? Spiel das, Spiel mit dem Krokodil, das ist der Krokodok. Wir kommen im gewonnenen Boot. Ja. Du brummst wieder, Chris. Ja, da kann ich auch nichts an erinnern. Ja, da bin ich auch nichts an. Ja. Ja. Und die meisten davon haben wir sogar gewonnen. Ja. Äh, ja. Jo weia, der ist leicht am tilten. Oh scheiße. Ach genau, Neckton kann ja auch so schlitzern. Ja. Der Sausack. Nein. Ah scheiße. Dann werde ich mal das Leben wieder geben, diese Sausack. Oh, Renekton, äh, Dings war hier oben irgendwie. Ich habe da gerade seinen, deinen Schwall gesehen. Okay. Der war hier gerade irgendwo. Mhm. Ah. Ah scheiße. Ah scheiße. Hier ist noch turn. Ja. Geben mal helfen vielleicht? Ja, ich bin noch schon auf dem Weg. Okay. Ja gut, raus, 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 raus. Ja, ja, ich sehe das noch, wenn die kommen. Ich werde nochmal hier warten. Oh nein. Walga, Walga ist weg. Walga ist wieder da. Ja. 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 Ja, sehr schön. Ja. Mir f*** man nicht. Ich warte ja selber. Ops. Ah scheiße. Okay. Das habe ich missplayed. Ja. Verstehen, hier mal hier über den Hampel. Ja. 5 30 oder weiger ist auf jeden fall gut am farm finde ich okkodok geht zurück doch nicht er wartet wahrscheinlich auf den gang ja ist nokturn gewesen er kommt jetzt nach oben ja ich seh es toll nokturn na fuck nokturn ist weg mecken fehlt ja nokturn ist hier unten weiger geht glaube ich back weiger fehlt na ich glaube da holt sich die träne ich bin wieder auf dem weg weiger ist wieder da hat sich die träne gekauft und hier wie heißt das teil kodex ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich bin weg ich bin unsichtbar ja ja Der kommt sofort n' Drittchen. Ah scheiße. Kannst du dich mal baiten lassen, nur den Chris? Alter, der dodged aber alles, ey. Boah, der traut sich nicht. Der Walgar ist echt nicht schlecht, wie gesagt. Der dodged echt viel. Walgar fehl, ne Walgar ist wieder da. Ja, der hat mich gesehen, ne? Ja, der hatte ich gesehen an der Pro. Ah, hier. Prokodok steht einfach nur in der Tower. Ich komm mal mit runter. Ah, schade. Da hat kein Locktürn irgendwo. Walgar ist Half-Life. Na, ein Drittel, äh, hat ein Drittel weg, okay. Und der Queen ist, äh, der hier drin. Oh, da kommt ein. Was? Walgar moved, Walgar moved. Ne, Walgar moved mich nicht mehr. Ja, war aber nicht mehr. Alter, der ist ja komplett auf dem Weg gefickt, ey. Kann ich das Kreuz haben? Nimm, nimm, nimm. 39. Walgar moved. Ne, ja doch, Walgar ist weg. Können wir ficken. Mhm. Krokodok fehlt. Ich bin weg, ne? Walgar ist da. Push den Tower, push den Tower. Naja, es sind alle wieder da. Ne, lass das sein. Lass das nicht da reingehen. Nocturne, denk an Nocturne. Schlitz. Ich, ich müsste auch mal back. Willst du mal halten kommen, ja? Nocturne ist top. Nocturne ist top. Gut. Walgar fehlt, Walgar fehlt, Walgar fehlt. Mhm. Ich bin weg. Walgar ist wieder da. Nocturne fehlt. Ich müsste Lamsa auch mal back. Kannst du gerne, wenn du willst. Ja, kannst du halten? Jo. Ich will meinen Stab der Zeitalter haben, dann kann er mich halt nicht instant wegböllern. Ach scheiße, mir fehlen noch 400 Gold. Warte. Ich muss noch 1,6 brauchen. Ja, ich dachte ich hätte den Stab schon. Oh, fuck, ja? Oh, Heal ist raus. Okay. Heal fresh raus. Oh, Nocturne ist bei dir. Warte mal, ich komme mal runter. Ja. Hallo. Pass auf, pass auf, pass auf. Er ist tot. Nice. Oh, ich bekomme den. Das hat mich auch gewundert. Wartet, wartet. Wave ist da. Ja. Ah, der hat auch Ignite mit. Ja. Gut. Mein Gott, aber dafür muss er zurück. Pummel was hier. Ja, ich geh back. Nocturne ist gleich wieder ab und hat ult. Oder hat der geultet? 10, 30, 11, 36. Hier ist der, äh, wie heißt der? Weiger. Ja, ich muss back. Ich hab meinen Stab der Zeitalter voll. Hä? Ja, kann mir jemand bot halten? Irgendwie wurde ich gerade abgebrochen. Bin, ja, ich warte noch grad auf 10 Gold. 5, 2, 1. Ja, jetzt brauchst du auch nicht mehr. Aber, ja, gut. Ja, ich geh auch mal zurück. Ich hab 2000 Gold. Ja, ja, ich hatte gerade 1, 6. Ja. Ja, die Wave vielleicht clearen hätte sie können, aber gut. Ich komm von hinten. Was hat denn der Renekton? Ja, pass auf, Renekton ist doch noch da. Renekton fehlt, Renekton fehlt, Renekton fehlt. Ja. Der ist hier oben. Ist da, ist da, okay. Ja. Boah, Alter, das ist nichts. Ah, fuck. Ja. Hab ich, hab ich, hab ich. Exhaust den, exhaust den. Ja. Schön. Geil, geil, geil. Ah, komm, komm. Nice. Boah, da ist dein Stun noch getroffen. Genau. Ja. Jetzt können wir hier Tower holen. Ja. Ah. Oh, ich krieg doch ein Tower jetzt ab. Ah, ja. Was ist da hier? Tod. Ist tot. Schön. Tower. Ihr habt so viel Hintergrund-Damage quasi. Und zurück. Kreuz es ab. Ja. Kreuz es ab. Ja. Ich bräuchte eigentlich noch 100 Gold, aber ist egal. Soll ich auch Träne bauen? Ach, Quatsch. Nee. Wofür? Brauchst du nicht? Ja, denke ich auch. Ich kaufe lieber noch ein bisschen mehr Leben. Der Farm von mir und den Macken ist echt heftig. Ja, ich habe auch 80 Fahrer. Ich bin halt gleich auf mit dem Walgar. Er skaliert halt besser. Oh, dein Nocturne ist hier. Ja, ja. Walgar ist noch da. Denk daran, Renekton ist auch noch da. Ich glaube, du bist tot. Noch nicht. Nö. Dave, kannst du move'n? Walgar moved. Ach, die machen ja quasi gar nichts da oben. Die trauen sich noch nicht. Walgar ist weg. Nocturne fehlt auch. Wollen wo der rum eiert. Die würden wahrscheinlich jetzt noch ein Altar machen. Ja. 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 Ich bin weg. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich wollte dich nur safen. Also alles gut. Ja, ich kann mal lieber nicht in Instagram. Ne, ne. Ja, scheiß doch auf den Altar, ey. Hier fehlt's. Walgar ist Bot. Ja, ich kann jetzt nichts machen. Ich muss jetzt Toplane pushen, guck mal. Muss warten. Irgendwas. Hier fehlt, hier fehlt, hier fehlt. Ja, ja, ja. Wie gesagt, ich muss jetzt hierher kommen, weil... Willste Farm haben, ja? Nein, 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 nein. Nimm den Farm. Ich fand das jetzt halt nur sinnlos, weil der Walgar jetzt, äh, Lane ist gebucht. David, geh mal zurück. Du hast nicht mehr viel Leben. Ne, ne. Ich warte auf irgendwas im Jungle hier. Walgar fehlt? Ja, hier fehlt. Das tut's auch. Walgar ist wieder da. Könnt's hier runterkommen? Ups. Ja, hier sind's. Hier sind beide. Pass auf. Mach den Noctis wieder bei euch. Ne, der ist hier unten gewesen, ja. Der ist... Ich hab noch eine Minute bis Exhaust, ne. Kommt über mitten auf die Lane. Ja, der ist super hoch. Hier fehlt alles, hier fehlt alles, hier fehlt alles. Okay, Walgar ist da. Mal gucken, was den noch können wir machen. Komm runter, 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 runter. Ja. Kommst du ran? Ich geh hinten lang hier. Ah, schade. Warte mal. Warte mal. Nicht auseinander. Oh, hier ist noch ein Noctis, dann guck mal. Oh, hier ist noch ein Noctis, dann guck mal. Oh, hier hinten auch. Oh Gott, Alter. Ich seh nichts, ich seh nichts, ich seh nichts. Ich auch nicht, aber das Boot. Pass auf, da. Okay, weg, weg. Ja, lass uns weg. Mal eins gegen eins. Ich hab leider kein Exhaust ab, das ist die Problematik gewesen, ne. Und. Keren Altar ist wieder offen. Ja, ja, den sollten wir nicht contesten. Der hat gehealt, ne. Ja, Walgar hat gehealt. Ah, scheiße. Und geflasht. Geflasht auch, hab ich nicht gesehen, ja. Ich bin zurück zurück. Aber stimmt, ja, wir sollen ja sonst weit nach vorne gekommen sein. Ja. Kannst du mal topdecken? Ja, wenn der Posh stand, der wich. Der hat ja noch da ne Mini-Wolf. Kreuz ist ab. Neckton geht zurück, ist zurück. Weiger fehlt. Weiger ist wieder da. Ich glaub, der hat das Kreuz geholt, ich bin mir nicht sicher. Ja. Mir fehlt. Komm mal runter. Ach, hier ist ein noch drin. Hallo noch. Pass auf, Walgar kommt. Walgar kommt. Walgar kommt. Walgar kommt. Walgar kommt. Ich bin weg. Gut. Gut. Okay. Gehe ich wieder hoch. Dann merken wir sie wieder da. Kreuz ist da. Ja. Na. Oh, da ist ein. Ich komme. Ja, gut. Schlitz. Oh Mann. Ja, wozu geht's auch. Oh, da ist noch mehr. Guck mal. Gestunt. Gut. Ah, okay. Dann nimm mal den Tower. Tower, Tower, Tower. Ja. Ja, ja, nee. Das war gut. Das war gut. Kriegen wir den Tower? Ja. Ja, warte. Nicht da lang laufen. Wir müssen zusammen laufen bei Nocturne. Ja, ja. Aber trotzdem. Wenn Nocturne ultet. Jetzt fähre ich top lane. Top lane den Tower. Ja, ja. Ich bin dabei. Egal nochmal. Guck mal. Ja, Back. Oder? Können die hier abfangen. Lass uns da einfach weiter pushen. Was können sie dagegen machen? Hier ist Rennington. Nocturne müsste auch kommen. Oh, der ist hier. Hallo. Ja, die kommen zu zweit von hinten. Jungs, passt auf. Okay. Oh, da ist eine. Oh shit. Oh, ich drück die durch. Echt? Was? Boah. 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 Ich seh nichts. Ich werd instant gecast von dem. Ja, ja. Oh fuck. Na gut, lauf raus. Ja, ja, lauf ja. Da haben wir ein bisschen gedivet. Also ganz ehrlich, das war jetzt nicht so unsere beste Idee. Okay. Aber naja, gut. Ich meine, gab trotzdem zwei Tower, ne? Jo. Oh, zwei Tower. Ich hatte grad gedacht, ich hätte Heal dabei, aber war ja gar nicht der Fall. Ich wollte grad noch Heal. Und dann seh ich so, ach scheiße, ist ja Exhaust. Auch meinen Death Dance erst. Ach scheiße. Der macht so viel Schaden. Das ist so. Das ist echt krass, ja. Dein Panori hat mir grad 200 damage gemacht. Nein, die Ulti. Hier fehlt. Ich geh mal back, ja? Ich hab meine Maske. Ja, ist gut. Weig an den Birnen halt rein. Mhm. Ja, ich will halt nur erreichen, dass die mich nicht One-Shotten können. Zumindest der Weiger nicht. Danach gehau ich, glaub ich, Sonjas. Ich time mal. 19. Ich mach das lieber so, oder? Nee, das ist blöd. Neckung fehlt. Wollen sie mal zusammen holen? Wartet, Weiger ist Botlane, ne? Also super. Nocturne dürfte noch keiner holen. Nocturne ist Botzeit. Nocturne hat hier grad seine Lache reingeschmissen. Die Moven, die Moven aber. Die Moven, die Moven. Sehr gut. Weiger kommt euch entgegen. Ach, schade. Naja. Oh Gott. Ach, scheiße. Neckung moved auch von oben. Ja. Warte, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch auf der Lane und pushe. Okay. Bleib hier, bleib hier. Vielleicht kommt ja irgendwas mal entgegen hier. Neckung, wo bleibst du? Da ist ein Nocturne. Ja. Ja, die wissen, dass die irgendwo im Jungle sind. Sonst soll ich ja nie so weit rausgehen. Ich bin ja nicht Kernbehindert. Ja. Neckung moved gerade runter. Ja. Ne, der moved nicht runter. Ne, der moved nicht runter. Okay, ich geh mal back. Ich geh mal hoch. Ja. Ja. Mir passiert nix nochmal mal den Jungle. Ja. Nocturne im Jungle. Nocturne? Oh, da kommt er ja. Ja, aber den gucken wir nicht. Nocturne war topside. Mega One-Shotten, Mann ey. Ja, der kann nicht, glaub ich. Der macht, der, der macht jetzt, äh... Ja, du musst leben oder, du musst leben oder irgendwie sowas haben. Weil siehst du doch. Sonst macht er die halt. Aus. Ja, ja, raus. Ja, ja, raus. Du musst dir halt Leben holen. Leben, MR, irgendwie sowas. Okay. Weg. Wir sind zu lowlife. Ich meine, wir könnten turnen. Ja. Ne, lass, lass sein, lass sein. Nein, nein, wir können sagen, lass sein. Wenn Dave wieder fett ist, äh, äh, back ist. Ja. Ich geh botside wieder farmholen. Ja. Komm mal mit. Was soll's. Ja, den weigern, wenn wir rankommen, könnten wir holen halt, ne? Okay, ja, ich bin da. Aber ich kann nicht ran. Haben wir. Sehr schön. Ah, gut. Ich bin unterwegs, ich bin unterwegs. Warum mach ich dem keinen Schaden? Gut. Schön. Okay, top. Jo. Ja, siehst du, deswegen meinte ich halt... Oh, warte mal. Das war halt das, was ich meinte mit, äh... Exor. Also ich bin halt auch ins Geplatze. Was wollte ich grad erzählen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ah ne, er kann mich jetzt nicht mal one-shotten mit seiner Ult. Ne, weil ich zu viel Leben habe. Mit der Maske müsste ich da einen Renekton auch. Vor allem, der baut nur Rüstung der Renekton. Ja, das ist richtig krass. Ist ja kein Wunder, dass ich den... Der baut nur gegen mich und Graves. Ja, ist ja kein... Ja gut, gegen Graves muss er halt, weil... Weil Graves ja auf Voll-Armor-Pen geht, ne? Ja. Aber auch jetzt schon jung muss. Ja, wie gesagt, du brauchst auf jeden Fall... Leben. Irgendwas, irgendwas... Irgendwas... Defensive Sachen brauchst du halt, ne? Und Randoins rum. Ja, irgendwie sowas. Ja, Randoins ist glaube ich nicht die beste Idee. Ja, Randoins ist glaube ich nicht die beste Idee hier. Weil, äh... Die haben ja keinen... Die haben ja keinen Crit. Hallo, Rekton. Können wir den Walga holen? Oh, hier ist es schon wieder. Ja, lass uns doch zum Walga. Ja, ja. Oh, fuck. Na, schade. Raus, 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 oder? Ja, ja, Renekton. Nein, oh, fuck. Ich wollte den Exhausten. Scheiße, raus. Ja, egal. Lass uns raus. Da oben ist noch ein Lock, oder? Ja, ja, okay. Ja, ja, gut, okay. Dings hat geflasht, ne? Kommst du ran? Nee, ne? Nee. Nee, mit doch. Aber er hat geflasht. Ja, ja, Last Tower pushen. Ja, muss erst mal nehmen sollen, ne? Ja, gut. Willst du die haben, oder kann ich sie nehmen? Ich bin gut, ja. Neunhundert. Neunhundert. Ach, soll sie halt. Ja. Den Renekton krieg ich nicht mehr klar, den Sauser. Ja, guck mal, wäre auch nur Rüstung. Ja, ja. Kannst du hier den Heal nehmen? Ne? Ich? Ja, warte. Pass auf, da ist drin, da ist drin, äh, äh, Dings. Ja, ich bin da, ich bin da, ich bin da. Ja, mach schon. Weiger fehlt, Weiger fehlt. Oh, der ist hier. Warte, ich hole die Wave. Neunhundert wird auch von oben kommen. Da müssen wir aufpassen. Ja, wir müssten Top Lane jetzt pushen. Ja. Ja, Weiger kriegt halt Free Farm, das ist halt blöd für uns, ne? Ja, das ist halt echt kacke. Wir müssen irgendwas durchkommen hier. Wir müssen, ja, 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 ja. Wir müssen jetzt irgendwas holen dafür, dass der Weiger... Wir müssen einfach Top kommen. Ja, ja, komm, wir pushen jetzt Top durch, weil was sollen sie machen? Dann müssen sie kommen. Ja. Außerdem steht hier eh noch der Tower, der T2. Die sind Miss Bot Lane? Ja, ja. Denkt daran, nicht in Tower engagen, ne? Also nicht in Tower kämpfen. Lass es back, 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 back. Ich hole die Bot Lane Wave. Toll. Kann sicher nicht. Ja. Ja, oder wir nehmen den Jungle halt raus, ne? Ja, bringt ja nicht so viel. Ja. Bringt auch Gold. Ja. Ich müsste auch langsam mal wieder back. Warte mal. Altar ist offen hier von denen. Ja, lass uns den holen. Ja, ja. Chris, kommst du raus? Ja. Oben lang, oben lang, oben lang. Ich bringe den Altar ein. Der Nektorn ist da. Lass uns nach hier weglaufen. Nach hier weg. Wir müssen nicht fighten gerade. Top Lane könnte man auch pushen. Ja, Top Lane wieder pushen, komm. Scheißegal. Ja, ich müsste halt bald back, aber es... Was fehlt mir jetzt noch? Gold hast du denn? Ja, mir fehlen noch 350 Gold. Lass mir mal die Wave hier. Ja, dann los. Ja, ich darf nur pushen, ist gut. Ja, dann lass uns weiter pushen. Wenn Velga Bot Side ist, dann können wir weiter pushen, oder? Ja, gut. Jetzt sollte... Ne, ja, Bot Lane. Wir müssen Bot Lane. Da ist die Wave wieder drin. Wir warten jetzt einfach mal... Eigentlich müssen wir warten, bis Velga mal rauskommt. Ja, 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 ja. Aber von... Ja, der ist hier. Ja, warte, ich push die Wave rein. Ich hab das skeptiert. Ich weiß nicht, ob es so glücklich ist, gegen Velga reinzupussen. Ne, eigentlich nicht. Wir sollten die Lane freezen. Hier. Geh weg. Ich geh auch mal zurück. Ja. Ich geh doch nicht weg. So. Ja. So, ich geh mal zurück. Ich jetzt... Wir müssen jetzt eigentlich warten, bis die rauskommen und so dann... Ja, ja, warte mal. Fehlen noch 200 Gold. Ich hol mir nochmal ein Camp. Geh, kannst ruhig weggehen. Ich hab genug Leben. Ja, jetzt hab ich, jetzt hab ich Sonjas. Jetzt ist der Nocturne für mich nicht mehr so das Problem. Ja, Velga hat richtig guten Farben, ne? Ja, der müsste uns jetzt bald instant bürsten. Ja, den müssen wir jetzt echt mal rausholen. Ja, ich bürste ihn aber dafür auch instant. Ja, 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 ja gut. Und wenn er mich ultet, ich hab halt Sonjas, ne? Nocturne ist für mich jetzt auch nicht mehr so ne Gefahr, ne? Ah, holt euch, holt euch doch hier... Wie heißt denn das Ding nicht? Cooles S, das andere Item. Ich hol mir hier auch, ähm, Hextrinker. Genau, Hextrinker, das meinte ich. Ja, hab ich mir schon geholt. Das sollte Dave sicher auch holen. Dabei. Hier fehlt alles. Machen die Krabbe? Ne, ne? Ne. Ich glaub die... Die müssen auf den Weiger warten. Der Weiger muss rauskommen. Ja. Lass einfach die Landmacher... Guck mal, Weiger ist hier oben. Wir holen uns den doch mal. Ja gut. Dann pushe ich erstmal Bot rein. Bin unterwegs. Ja, ich würd nicht Bot reinpushen. Warte, bis er rauskommt. Okay, ja gut, okay, okay. Weil er stackt die ganze Zeit. Ja, 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 hast recht, hast recht, hast recht. Hm. Ja genau, jetzt wartet er wieder. Ja, ja, jetzt komm mal. Lass uns doch, lass uns hier lang... Ja genau. Oh, guck mal. Weiter, weiter, weiter. Oh. Okay. Ah, okay. Hast du jetzt geflasht? Ja, ich hab geflasht. Ich hab gedacht, ich komm da sonst nicht ran. Ach so. Also er kommt sonst weg. Äh, ja, Bot pushen. Hallo. Hier, hallo. Ja, ja, ja. Jetzt sind Conner. Unterwegs. Ja, jetzt schau mal. Oh, komm mal. Oh, komm mal. Besseln. Und weiter. Weiter, weiter, weiter. Und danach geschlossen Beck. Danach geschlossen Beck. Wegen Nocturne Ult. Der ist in 6 Sekunden ab. Und Beck. So, dass er uns nicht mehr sehen kann. Weg, 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 weg. So, dass er uns nicht mehr sehen kann. Ja, dieses müssen wir top pushen. Ja. Ja. Packen wir noch in seinen Jungle hier? Ja, pass auf, ne. Der kann halt ulten. Oh. Aber er hat ja keine Vision auf uns. Der Nachteil ist natürlich jetzt, jetzt kriegt Weiger natürlich Farm, ne? Ja, scheißegal. Wir mussten was machen. Ja, ja, ja. Jetzt pushen wir top rein. Weil Botlane pusht er jetzt mit den Supervasalen. So, Abfahrt. David, musst du Beck, oder was? Nein, nein. Ich muss nicht weg. Nein, ich meinte jetzt, ne? Geht noch in den Jungle. Okay, ja, ja. Ich fragte ja nur. 750 Gold brauche ich noch. Können uns auch reinge... Ja, ja. Unterwegs. Weil, wie gesagt, einer von denen muss jetzt auf jeden Fall... Pass auf, David ist noch nicht da, ne? Doch, ich bin da. Okay, Weiger fehlt. Oh, schade. Beide Flash-Ups. Beide Flash-Ups. Beide Flash-Ups. Denkt an, Weiger. Ich hab noch keine Ult. Wir müssen noch 20 Sekunden delayen. Oh, okay. Oh, okay. Ja. Ja, ja, wir können die Bottle... Ja, wir können auch einkaufen. Ja, wir können auch einkaufen. Die Spinnen machen, oder? Nee. Die brauchen wir hier nicht. Nee, die brauchen wir hier nicht. Wir haben da schon mal die öfteren Fights verloren, deswegen. Genau. Lässt du mir den bitte hier? Dann sagen wir gehen nochmal einkaufen und dann drücken wir unten den Bot zusammen. Ja. Wo der Nächsten die ganze Top-Lane ist. Äh, ja gut. Ich hol Kreuz. Ähm, 3915. Jetzt alle Bot. Ja, warte. Warte, ich geh erstmal weg. Ich geh auch weg. Ich hab jetzt meine Maske fertig. Ich hab 2800 Gold. So, was kauf ich mir denn jetzt? Die stacken noch nicht. Die haben noch nicht einen Fizzel MR, Alter. Ja, das ist echt strange irgendwie. Die bauen nur gegen mich. Die bauen nur gegen mich. Ich geh nicht in Graves. Mhm. Ich könnte mir Realize-Kristall-Zepter holen. Noch mehr Leben. Äh, welche Lane gehen wir? Ja. Gehen wir in Bot-Lane, ne? Genau. Weil da kommt der Altar auch als nächstes. Jetzt komm ich. Und jetzt einfach Bot. Ja, ja. Genau. Sind euer Dings fertig? Euer Hextrinker? Ja, die sind fertig. Nein, ich meine jetzt, ob die alle ab sind. Ob die ab sind. Ja, die sind auch ab. Okay. Äh, ja, David, wartest du noch kurz dann? Da vorne? Dass wir alle da sind. Ich bin noch nicht ganz da. Ja, ja. Ich auch nicht. Jetzt bin ich ungefähr da. Ja, gut. Dann können wir jetzt rein. Ja. Ja. Ey, so dick bin ich doch gar nicht, dass ich durch die Ecke nicht drin komme. Weiger, Weiger hinter uns, Weiger. Na gut, der wird auch gerade ge-tastet. Hast du Exhaust ab? Ja, ja. Ich hab alles ab. Ja, Mann. Wir hatten so. Oh, jetzt kommen die Bisschen da. Oh, jetzt kommen die Bisschen da. Ja, gut mit haben wir. Aber, mach's beendet. Nicht green, nicht green, nicht green. Oh, Alter. Mach's lieber beendet. Ja, das meinte ich ja. Easy game, ne? Gleich mal fragen, und war's easy? Ja, ja. Da bin ich ja mal gespannt, was die jetzt hier kommt. Ja, ja, klar. Ja, Alter, Alter, ey. Nicht mal n-S bekommen, Gigi? Hab''m A-Bus bekommen. Ja, ich hab' jetzt 6-1-15 gestanden. Wie hätt ich denn sonst spielen sollen? Ja, und auf einmal keine Reaktion mehr, wa? Guck mal auf den Damage-Grafen. Oh, ich muss noch Xena wechseln So, keine Reaktion mehr Oh, Graves hat am meisten Schaden gemacht Und Weiger bei denen, also die haben ja beide gar keinen Schaden gemacht Genekton und Dings Ja, da seht ihr mal Das war wieder ein Platimatch Hätten wir so weiter gemacht wie vorher Mit dem die ganze Zeit reindrücken Und Weiger hätte die ganze Zeit Stacks gekriegt, wäre es das gewesen Nee, das glaube ich nicht so Wie gesagt, ich dachte eigentlich, der Nocturne wäre fetter gewesen Aber der hat ja gar keinen Schaden gemacht Nee, der hat auch Fulltank gebaut Ja gut, dann verabschiede ich mich hier Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Bis denn dann, tschüss